Hören Sie mir! Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nimmt es nur bei mir. Alter. Deswegen einem einzigen Vieh, Alter. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie... ...leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie noch mal die... Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen sicherer. Erst schon mal... Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Das ist eine Taschenlampe. Okay, cool. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Okay, so kann ich es aufmachen. Ist noch irgendwas... ...warte, warte, 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 warte. Warte, warte. Mein Freund. Wir speichern jetzt erst mal. Ich fand es eigentlich recht gemütlich hier Dass die Gesteuerung so genau sein Also dass es mit dem Einklicken so genau sein muss Das wird einiges an Nerven rauben Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht Irgendwo hier ist noch einer Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse Wie wäre es, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben Ich schaue mich um Was geiles ist, wir haben nicht unendlich Batterie Jetzt anscheinend nicht Er hat ihn markiert, um ihn wiederzufinden Ganz schön Lampenbatterien Ich freu mich Ich freu mich Ich fühle mich doch gar nicht viel sicherer So mein guter, wir haben hier einen Lüftungsschacht Es ist aber nicht Wir haben einen hier einen Lüftungsschacht Das ist schön für dich Axel, ist es der hier? Ich komme ja schon Kommst du jetzt endlich mal? Ja Einwandfrei Sie ist versperrt Los jetzt Ich bin da Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten Das ist unser Buddy hier, Alter So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will Ja Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Kannst ruhig antworten Rebecca Ich habe was gehört Ja Schon gut In Ordnung Wir müssen zu den anderen Irgendwas stimmt nicht Es stimmt immer irgendwas nicht Komm schon Nicht, dass wir sauer sind Es kommt mir vor, als stünden wir nur ruhig und warten auf den Tod Folgen Sie mir Okay So machen wir, was ein netter er sagt Hier gibt es viel zu viele Safe Stations Und ich werde sie alle nutzen, Leute Ich werde sie alle nutzen Okay Okay Leise sein Nicht die Taschenlampe anmachen Leise Halt Was ist der Notfall? Hier war jemand Alle in Alarmbereitschaft bleiben Haltet eure Waffen bereit Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt Verstanden Bleibt hier, während ich unsere Vorräte trüße Schöne Waffen Wir können nicht angucken Angucken? Wir müssen trotzdem wieder durch Die Tür abhängen Wie? Versuchen wir einen Ableckungsmanöver Der Generator Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen Wir sind kleiner als ich Wir machen weniger Lärm Super Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich Was ist? Hast du keinen Kürz bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, der war die ganze Zeit bei mir Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht Jemand war hier Das ist gar nicht gut Ich dachte, wir wären hier unten sicher Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade Ist doch fest, das Schloss Augen auf! Haltet eure Waffen bereit Jemand muss dem Chef Bescheid sagen Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht Ich sag ja nur, dass Halt die Klappe Und hilf Den Rest von dem Kram hier zu checken Wenn du es schaffst Fünf Minuten lang mal die Schnauze zu halten Okay, welcher Scheiß Generator Ich lauf gerade irgendwo lang, Leute Ich hab keinen Plan, wo ich lang laufen muss Ich bin ein Geist Ganz unsichtbarer Ein Ninja Das musste wahrscheinlich geschehen, aber Das war deine Idee Ich hoffe, du hast jetzt nichts Unreimpel, Alter Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg Was haben die gemacht? Ich weiß nicht, die haben sich Menschenfleisch angeeignet Ich bin auf demkicherten plata Ich bin auf dem fundamenten Weg Aber nicht Ich bin auf dem Weg Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgefallen, oder? Gehen Sie mal nach. Kommt mit! Wahrscheinlich. Und was war das jetzt? Spion! Ich habe schon wieder gehört. Oh Mann, ich höre die Geräusche. Hier sind meine Ausschiffungsunterlagen. Silvester Link. Es haben endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seine Truppen gesagt, dass sie fünf gerade sein lassen sollen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendetwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Belly. Freigeben. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder von der Liste abgehakt werden. Aspirin 4. Konserven 32. Müsli 6 Packungen. Wasser 4 Galleonen. Zahnpasta 12 Tuben. Zigaretten 3 Stangen. Toilettenpapier 26 Rollen. Klimaband 6 Rollen. Medikids 2. Milchpulver 52. Notiz. Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente erschnappen. Die alle. Alle an dieselbe Person. Adressiert. Adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Gott zum Wissen. Ich höre es immer noch. Scheiß wie viel wütet hier. Ich geh vorraus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir von ihm die Waffe kriegen, weil er stirbt. Er ist aus. Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich habe es. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der Abwanderungseite. Okay. Hast du reiner, lupenreiner Plan? Ich muss einfach nur hier durch. Oh, hier stimmt irgendwas nicht. Das wird doch jetzt nicht so einfach sein. Fertig. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Achsel. Hinter ihnen. Was? Äh. 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 Auf hier. Ich hab den Scheißpferd. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lasst mich los. Hott ab. Ist noch jemand mit... Ah. Ah. Shit. Hau dir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf! Lauf doch! Sie haben ihn getötet! Wenn er mich töten wollte! Er oder ich! Hier, geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Oh nein. Ich höre was. Axel? Scheiße. Das ist aber... Was ist das denn? Deine Ahnung! Ah! Das heißt denn wir? Wir müssen weiter. Scheiße, halt die Fresse. Mach auf die Scheiße hier! Scheiße! Oh Mann! 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 Das war's für heute. Alter. Ey. Ich, ich mir fehle gerade die Worte, Alter. Ohne Witz, ey. Du hörst es da nur rumkraxeln und schreien und Alter, du musst warten, bis der Drecks aufzukommt, ey. Du kannst nichts machen währenddessen. Das ist schön. Und wir werden jetzt hier speichern und ich werde mich mal ein bisschen beruhigen gehen. Aber man wird sagen, wir lassen es dabei für heute. Aber ich habe eh nicht mal lange kann, ich muss gleich wieder ins Bett jumpen. Ich freue mich nicht fürs Zusehen. Wie immer, schreit alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschaußen. Ja. Ja. Ja.